Hallo, ich bin Martina und in diesem Video lernst du, in welchen Sprechsituationen bzw. in welchen Sätzen man den Konjunktiv 2 verwendet. Damit du alles gut verstehst, solltest du dir auch das Video zur Bildung des Konjunktiv 2 ansehen. Ich wünsche dir viel Spaß! Der Konjunktiv 2 wird in der Umgangssprache nur noch selten verwendet. In schriftlichen Texten ist er dafür häufiger zu finden. So kann der Konjunktiv 2 z.B. in der indirekten Rede den Konjunktiv 1 ersetzen, außerdem wird er für Konditionalsätze verwendet, man nimmt ihn um Zweifel an der Richtigkeit einer Aussage auszudrücken und man braucht ihn in höflichen Fragen und Aussagesätzen. Zur Wiedergabe der wörtlichen Rede wird meist der Konjunktiv 1 verwendet. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause!